Hört man auf die Befürworter des Freihandelsabkommens, so bringt dieses nur Vorteile für die EU. Keine Zölle, keine Mengeneinschränkungen und keine aufwendige Bürokratie mehr. Da aber Verbraucherschutz, Umweltschutz und Lebensmittelgesetze der beiden Handelspartner weit auseinanderklaffen, wäre es für die EU sehr wichtig zu wissen, welche Standards in Zukunft gelten würden. Ska Keller, stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen im EU-Parlament, sagt, selbst für Abgeordnete ist es fast unmöglich, Zugang zu den Dokumenten zu bekommen. Die deutsche Autorin Birte Schmidt sagte dazu, Das Abkommen wird hinter verschlossenen Türen verhandelt und damit ohne demokratische Kontrolle. Nur etwa ein Dutzend Abgeordnete haben derzeit Einsicht in die Dokumente, die insgesamt aber rund 800 Millionen Menschen betreffen. Es bleibt den Politikern, die schlussendlich TTIP verwerfen oder annehmen müssen, nur eine Alternative. Sie nehmen vorangegangene Handelsabkommen der USA mit anderen Ländern unter die Lupe und urteilen dementsprechend. Und es gerade gibt eine Art des Altersorten, die urge ich mich zwischen den Immers aprRobot zu verter mechanic und ob es Ihnen verknüpfen und oder ausprobieren sein können. Vielen Dank.